hallo leute und herzlichen willkommen im bar time insane ist der attack ist willkommen zurück zu Resident Evil Remake ja wir müssen das da unten noch mal machen und hoffen dass wir nicht wieder verbrennen war ja und ja mal schauen ob wir das schaffen ich weiß nicht warum sie sich umgezogen hat und jetzt in diesen Minirock rumläuft aber ja ich erwürft oh Gott ja sie kriegen G nie in ihre Drecksfinger bin ich das einzige dahinter her das wissen sie dann sterben sie nicht allein ja ich versuch ja nein Das ist ja nur eine Fleischwunde. Das ist doch wurscht. Gut, nochmal das ganze Kabel raus. Jetzt hat das Kabel rausgeklingt. Das ist übrigens von Star Wars. Alle meine Sprecher sind ja geklaut. Ja. A Wahnsinn ist es. A Wahnsinn. Gut, aber so kann es funktionieren. Muss nur schneller sein. Schneller, 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 schneller. Lauf kleine. Ich mag ja dein Outfit, aber trotzdem lauf. Wollen wir eigentlich die Zwischenschmerzen hier nicht skippen? Skipp, skipp. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig? Ja. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als einzige dahinter her. Das wissen Sie. Na komm. Dann sterben Sie nicht allein. Ich geh dann mit einer Sprecher. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Miststück weiß, was sie tut. Herr Wahnsinn. Schön, nur speichern, speichern wichtig. Sehr schön. Was ich immer so spannend machen muss, ist aber Wahnsinn. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgehen. Und ihr verlassen. Ja, nur, es geht's zurück, sofort. Da will ich eigentlich gar nicht dran tun, wenn ich ehrlich bin. Guten Tag. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Gene. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht operieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Oh je, oh je. Au. Au. Oh, das tut weh. Wo ist Leon, wenn ich ihn brauche? Bin ich da? Oh, oh. Komm schon. Da bin ich ja. Ich schlaf mal eine Runde. Der Hut sitzt. Wiederhole mich. Der Hut sitzt aber sowas von. Da kommt schon. Ada. Verdammt. Alle verletzt. Alle tot. Alle im Arsch. Wo bist du? Natürlich habe ich schon mal besser ausgesehen. Okay. Da kommt man nicht rein. Äh. Äh. Da geht's auch nicht rein. Äh. 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 Da geht's auch nicht rein. Es kann auch tödlich ausgehen. Es kann auch tödlich ausgehen. so wie wir mich kennen. Nein. Da bin ich wieder bei den GroKos. Was? Ja. Hoffentlich gibt's kein GroKo mehr. Ja. Ja. Denkst du da recht. gut. Sehr gut. Munition ist immer gut. Da ist noch Munition. Na ja. Das ist nur ein roter Fetzen. Da ist noch nicht ganz ungefähr in den Schrank. das ist nur eine fleischwunde ist aber noch gut so was haben wir da eine digitale video gazette leute video gazette über nachschauen ob er irgendwo nichts irgendwo was ist was man brauchen kann ein elektronik teil wenn ich nicht nehmen kann habe ich noch nicht gesehen und wenn ich mir das mal geht nicht dann wäre es mir zwar leid aber es muss ich brauche die elektronik teil ich brauche den elektronik teil doch nicht so geht es ihnen noch gut nein ich glaube nicht hier geht es auch runter da komm ich nicht rein hier ja im wahrsten sinne des wortes ok was war das irgendwas was ich nicht will bleibe ich auch weg wo denn du scheiß wie ich bin ja noch gesund nicht vergiftet ja kein eine stand seilbahn interessant Interessant. Interessant. Ich bin wieder konzentriert, also wenn ich konzentriere, bin ich etwas leise. Wo ist die denn hin? Aber ich höre Schüsse und kann meinen Betriebsleiter, Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Director Owens. Die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das Ausfallsicherungssystem ist gar nicht angekommen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Kleider unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Sie waren von... Sie waren von... Mir muss doch irgendwo Munizierung geben. Ich kann es doch gar nicht... Oh, sehr schön. Das, was in mir da ist, voll. Das, was in mir da ist, voll. Sage aus... Zitze aus... Das, was in mir da ist, voll. Ach, sag, dich... schon wieder wegwerfen, werde das irgendwann noch mal brauchen was ich nicht gar rein tun kann ist ja oberscheiße ich würde es nur mal klarstellen was kommt denn da jetzt wieder ich komme was so, jetzt holen wir uns mal was immer da auch hier ist nix wisst ihr was Leute ich werde das hier jetzt dieses Let's Play beenden wieder Let's Play wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder mit der neuen Folge von Resident Evil Remake ich hoffe ihr seid dann wieder dabei und bis dahin bye bye euer Tag Gizmo Remake und das ist echt popped wie brought